Hallo und willkommen bei Hygomatik. Mein Name ist Gebhard Margraf und wir befinden uns hier im Vorführraum von Hygomatik. Ich möchte Ihnen hier einmal den Ausbau und die Wartung von unserer robusten Abschlemmpumpe vorführen. Bevor ich jetzt an das Gerät rangehe, schalte ich das Gerät spannungsfrei und sicher erst gegenwiedereinschalten. Zum Ausbau der Pumpe beginne ich mit den beiden Schrauben unterhalb, die die Pumpe fixieren. Und dann kann ich die Pumpe schon aus dem Stützfuß abziehen. Hier kommt etwas Wasser raus, das ist klar, weil die Pumpe der tiefste Punkt ist von dem wasserführenden System. Sehen Sie bitte vor, dass da ein Lappen unterliegt und Sie das Wasser auffangen können. Dann kann ich hier diesen Adapter abziehen und habe dann eigentlich nur noch die beiden Elektroverbindungen, die ich dann auch löse. Jetzt habe ich die Pumpe ausgebaut und wenn ich diesen kleinen Clip hier hochbiege, dann kann ich die Pumpe öffnen, schau rein und überprüfe, ob wir irgendwo Kalkablagerungen haben. Hier im Bereich des Flügelrads vielleicht. Und wenn soweit alles okay ist, würde ich es nochmal reinigen mit meinem feuchten Tuch und kann dann die Pumpe auch wieder zusammen schrauben und einbauen. Wenn Sie das ganze Gerät nachher wieder zusammengebaut haben, bitte auch nochmal darauf achten, dass die beiden Dichtungen, die wir an der Abstandpumpe angebracht haben, auch wirklich dicht sind, dass da kein Wasser rausläuft. Ja, das war es soweit zur Wartung.